Liebe Schwestern und liebe Brüder, gibt es einen Unterschied zwischen Glauben und Handeln? Gehört das nicht zusammen? Gibt es vielleicht einen breiten Graben zwischen Leben und Tod? Jesus Christus sieht das so. Christus sieht die Differenz. Christus sieht die Diskrepanz zwischen Leben und Tod. Er sieht aber auch unsere Diskrepanz zwischen Glauben und Handeln. Er sagt aber, sorgt dafür, dass es zusammenpasst. Dann kann so mancher Graben, so manche Schlucht überwunden werden. Sorgt dafür, dass der Graben zwischen Leben und Tod und der Graben zwischen Glauben und Handeln überwunden und übersprungen wird. Da, wo wir es nicht schaffen, da hilft Christus uns dabei. Bald, in wenigen Wochen und Tagen, feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. Das ist es, was diese Kluft überbrücken kann, wenn wir es annehmen, wenn wir uns daran halten und wenn wir versuchen, ihm nachzueifern.